Du willst keine Stories mehr verpassen? Dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Moin, wie ihr wisst arbeiten wir zur Zeit an unserem wunderbaren Manta-Projekt. Die ganze Umsetzung des Projekts machen wir mit Creative Cloud von Adobe. Das ganze Projekt schneiden wir mit Premiere Pro, gerade mit dem Color Grading, wegen dem Ton, da können wir alles fein anpassen. Für das Intro beispielsweise erstellt Fabian, unser Künstler mit Illustrator, schöne Designs, um das Intro ein bisschen aufzuwerten. Das Wunderbare daran ist, man kann alle Programme zusammen gebündelt nutzen. Beispielsweise ein Clip von Premiere Pro, den du bei After Effects in der Nachbearbeitung nimmst. Wenn du da draußen Bock hast, dich völlig kreativ auszutoben bis zum 4.12., habt ihr noch die Möglichkeit zu sparen. Für Studenten und Azubis gibt es auf den reduzierten Preis von 65% nochmal 20% Rabatt. Als Privatanwender gibt es sogar 40%. Also klick mal ganz einfach da drauf und für jeden kreativen Kopf oder die, die kreative Köpfe werden wollen, ist garantiert was dabei. Lieber ein Zentimeter rückwärts, bevor ich hier die Bande wegreiße. Power, da muss man erst mal ein Frühstücksei haben. Da geht man nicht so, erst mal so ein Joghurt-Fritzer da. Mit Müsli, das war nichts. Benötig Bio-Höhner-Ei. Joghurt-Fritzer da. Joghurt-Fritzer da. Joghurt-Fritzer da. Joghurt-Fritzer da. Das ist schon, wenn man das hier so sieht, also das ist schon eine geile Baustelle, ist halt. Eine Werksbesichtigung, weil das ist doch noch so ein kleiner Traum. Ja, du weißt!